Musik Im Grosse und Ganzen war die Qualität überdurchschnittlich. Ich sehe die Mähe phänomenal. Wir haben sicher heute Kühe zeigen dürfen, die jeder Bauer im ganzen Schweiz haben kann. Ich durfte die Röner einstellen und habe das Gefühl gegeben, es waren sehr viele Röner, die nach dem Zuchtziel kamen. Die Qualität war sehr gut. Und auch, wie die Jungzüchter die Tiere bereit machen, das haben wir auch so bewältigt. Die Qualität ist von mir aus sehr gut. Musik Die Qualität hat mich enorm stark getücht. Vor allem bei den mehrkälberigen Kühen. Sie war enorm stark. Mein Walli war für mich sehr eindrücklich. Dass ich die Kühe ohne Titel haben, die die Titel haben dürfen, war sehr ausgeliefert. Die Klasse war sehr ausgeliefert. Ich glaube, die Rasse ist auf dem richtigen Weg. Musik Die Klasse, die wirklich, wenn du auf den ersten Touch bist, dorthin gekommen bist, hätte ich am liebsten die vier, fünf Kühe aufeinander durchgestellt. Gegenüber der letzten. Es ist eine Ausstellung noch einen riesen Schritt vorwärts gegangen. Musik Also von mir aus war es eine super Ausstellung. Mit sehr guter Qualität. Wir haben jedes Mal gesagt, nach einer Ausstellung kann es noch besser werden, oder? Und also heute hat man gesehen, es war noch einmal deutlich besser als das letzte Mal, oder? Und ich möchte auch an dir aus meinem Nachfolger und dem ganzen Ok recht herzlich gratulieren zu dieser super Ausstellung. Und wie alles verlaufen ist, wirklich tiptop mit den würdigen Messen, oder? Zum Abschluss war wirklich ein perfekter Anlass gewesen, da du in 2'000 Euro. Musik 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 Musik